Willkommen zum nächsten Türchen des Adventskalenders und heute wird es kreativ. Wir machen nämlich Upcycling-Töpfe aus abgeschnittenen PET-Flaschen. Also das ist der Teil, den man nicht verwendet. Der andere Teil ist nämlich schon zugeschnitten. Ihr braucht dafür PET-Flaschen, Acrylfarbe, Pinsel und wahrscheinlich noch eine Schere und einen Stift, mit dem ihr einzeichnen könnt. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir beginnen gleich mit ein bisschen Adventsstimmung und zünden noch eine Kerze an. Dann braucht ihr die Dinge, die ich vorhin schon erwähnt habe, außer den Pinsel und die Farben und dann schraubt ihr von der PET-Flasche den Deckel ab, sodass ihr sie ein bisschen zusammendrücken könnt und da einen ersten Schlitz reinschneiden könnt. Wenn es dann den ersten Schlitz gegeben hat, könnt ihr mit der Schere einfädeln und sie dann einmal zerteilen. Was wahrscheinlich ein bisschen einfacher ginge, wäre mit einem Köttermesser anstatt mit der Schere. Mit der Schere ist es ein bisschen schwieriger, aber je nachdem, ob man eins zu Hause hat oder nicht, verwendet ihr das, was ihr eben braucht. Das habe ich dann mit der zweiten auch getan und dann habe ich einen Topf mir geholt und den mal in der PET-Flasche platziert, um zu schauen, wie hoch ich die PET-Flasche denn abschneiden muss, damit danach nicht dieser braune Topf oben rausschaut. Ja, ich glaube, das kennt ihr alle, wenn wir Übertöpfe kaufen, dann wollen wir nicht, dass der untere Topf da oben rausschaut. Ich habe dann gemerkt, dass es fast am einfachsten ist, wenn ich die PET-Flasche hinstelle, den Stift einfach so halte, wie ihr hier sehen könnt und dann die PET-Flasche einfach leicht drehe und das Ganze so einzeichne. So wird es auch am ehesten etwa überall gleich hoch. Dann habe ich den Topf rausgenommen und noch die Öhrchen eingezeichnet. Dabei habe ich vor allem darauf geschaut, dass diese Klebestelle auf der Hinterseite ist und das vorne, dort wo die PET-Flasche draufsteht, wie zwei so Hubel hat, damit ich das dann als Beine verwenden kann. So sieht das Ganze dann aus und das habe ich dann mit der zweiten auch gemacht. Also das erste wird ein Panda und das zweite wird ein Schweinchen. Deshalb beim Panda die runden Öhrchen und beim Schweinchen gibt es nachher andere Öhrchen. Ihr könnt hier sehen, ich habe das gleiche nochmal gemacht. Es geht wirklich ziemlich einfach, wenn ihr die PET-Flasche einfach hinstellt und den Stift dann einfach hinhaltet und das Ganze dreht. Dann wieder den Topf rausnehmen und Öhrchen einzeichnen. Und dabei wieder schauen, wo ist die Klebestelle, dass die auf der Rückseite ist, weil dort sieht es dann ein bisschen komisch aus mit der Farbe. Und dann die Öhrchen einzeichnen. Beim Schweinchen habe ich jetzt ein bisschen spitzigere Ohren gemacht. Ich habe danach gemerkt, sie könnten ein bisschen größer noch sein. Beim Panda habe ich sie dann danach noch ein bisschen nachgemalt, damit sie ein bisschen größer sind, damit man die Öhrchen auch schön sehen kann. Ihr könntet natürlich auch noch ein Schwänzchen oder andere Dinge da ausschneiden oder andere Tiere machen. Dann ging es ans Ausschneiden. Hier habe ich das Video ein bisschen beschleunigt. Dabei müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, dass ihr die Ohren nicht ganz abschneidet. Ich habe versucht, teilweise so kleine Stückchen herauszuschneiden. Das ging eigentlich ganz gut. Falls ihr das Ganze mit Kindern nachbastelt, müsst ihr ihnen vielleicht ein bisschen helfen. Es ist nämlich mit der PET-Flasche nicht ganz so einfach da reinzuschneiden. Es ist nicht ganz so einfach wie mit Papier. Genau, dann das Ganze rundherum noch ausgeschnitten. Und so sah die erste aus. Und dann habe ich das mit Nummer zwei gemacht. Und danach habe ich den Rand noch ein bisschen gereinigt, denn ich habe einen Stift genommen, der danach wieder wegging. Also der war nicht wasserfest. Würde ich euch auch empfehlen. Und dann den Rand wirklich gut putzen, damit dann nachher die Farbe nicht mit dem Stift verläuft. Das Ganze bei beiden gemacht. Und dann geht es auch schon ans Malen. Dafür braucht ihr Pinsel und Farben und irgendetwas, wo ihr das Ganze reinmachen könnt. Das kann auch ein Teller oder eine kleine Schale sein. Ich habe hier mit dem Panda begonnen. Den habe ich grundsätzlich weiß grundiert. Kommt aber nicht darauf an, mit was ihr beginnt. Ich habe hier einfach mit dem Hellen begonnen, weil ich für das Schweinchen nachher Rosa brauche und Rot und Weiß dann gemischt habe. Genau, hier könnt ihr sehen, alles gut bepinselt. Und dabei gebe ich euch den Tipp, macht wirklich große Bewegungen. Also einmal über die ganze Seite hinweg, dann wird das Ganze auch schön. Es empfiehlt sich auch, mehrere Schichten zu machen. Also die erste Schicht drauf zu tun, dann die trocknen zu lassen und einen zweiten Anstrich dann zu machen. Genau, hier könnt ihr sehen, habe ich gemalt. Ja, das Ganze ist übrigens auch sehr meditativ. Ich habe dazu noch ein Video geschaut von einem englischen Pflanzen-YouTuber. Das war eigentlich ganz schön und ist für die Weihnachtszeit auch eine schöne Tätigkeit. Und das Ganze könnt ihr natürlich nachher auch als Geschenk verschenken, wenn ihr das möchtet. Hier könnt ihr sehen, ich habe noch Rosa gemischt für das Schweinchen. Dabei achtet darauf, ihr braucht viel Weiß und nur ganz wenig Rot, weil sonst wird das Ganze zu rotlastig. Also es wird dann ein sehr, sehr dunkles Rosa. Und ich wollte hier ein wirklich schönes, helles Rosa. Ich habe da deswegen ganz viel Weiß und nur ein kleines, kleines bisschen von dem Rot. Ich habe dann ein bisschen zu wenig erwischt und noch ein bisschen nachgemischt. Und dann folgt hier das genau gleiche Spiel, was übrigens auch sehr, sehr wichtig ist, dass ihr die Farbe, erstens, dass ihr genügend Farbe anmischt, weil wenn man nochmal nachmischen muss, ist es mega schwierig, den gleichen Farbton zu treffen. Und dann könnt ihr das Ganze da einfach bepinseln und schaut auch, dass ihr die Farbe so gut mischt, dass keine Farbunterschiede in der Farbe mehr ist. Dann kann man nämlich keinen Unterschied sehen, weil wenn es da noch so rote Schlierken drin hat, dann kann es sein, dass dann eine Stelle viel röter oder dünkler wird und eine Stelle viel heller. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine schöne, einheitliche Farbe. Genau, das habe ich auch alles bepinselt und danach habe ich das Ganze dann hingestellt, Mittagspause gemacht, damit das Ganze trocknen kann, damit die Farbe, also wenn ihr das nicht ganz trocknen lässt, dann wird die Farbe da drauf dann schmieren und das solltet ihr am besten Fall vermeiden, also lasst es lieber ein bisschen länger trocknen. Dann, nach der Mittagspause, habe ich die Weihnachtsstimmung vergessen und mit einem dunkleren Rosa habe ich dann die Öhrchen noch nachgemalt, also den inneren Teil von den Öhrchen. Vielleicht wäre es hier hilfreich, einen etwas kleineren Pinsel zu nehmen. Meiner war fast ein bisschen groß, deshalb musste ich ihn auch ein bisschen abstreichen, weil ich hatte viel zu viel Farbe am Pinsel selbst. Und in der Mitte habe ich dann einfach noch das Näschen hingemacht, einfach eine runde Knolle und ich habe mich dann noch entschlossen, weil es sonst sehr, sehr nackt aussieht, habe ich mich entschlossen, noch die Füßchen anzumalen, weil die Patchflasche aber fünf solcher Füßchen hat, habe ich hier nur zwei bemalt, weil irgendwie würde es dann hinten ein bisschen komisch aussehen sonst. Und ich habe mich auch noch entschieden, auf der Rückseite ein kleines Kringelschwänzchen zu malen. Beim Panda habe ich dann begonnen mit den Ohren, die habe ich hier schwarz gemacht. Man hätte die also eigentlich auch nicht weiß anmalen müssen, aber es macht schon Sinn, weil so ist der Übergang ein bisschen schöner. Dann habe ich beim Panda noch die Umrandung von seinen Augen gemacht. Da habe ich einfach so einen Flecken ausgemalt. Am besten nehmt ihr da ein Bild zur Hand, bei dem ihr abschauen könnt, wie so ein Panda etwa aussieht. Und es ist gar nicht so einfach, da zwei gleich große Flecken zu machen, die dann auf einigermaßen der gleichen Höhe sind. Aber man kann ja auch die Flecken dann noch ein bisschen nachkorrigieren. Das habe ich übrigens auch ein paar Mal machen müssen. Am Anfang waren sie etwas sehr klein und ich habe sie dann noch ein bisschen grösser gemalt. Der Panda hat nach den Flecken für die Augen auch noch eine kleine Nase bekommen. Und ich habe danach auch noch die Füsse bemalt. Hier könnt ihr gleich sehen, wie ich die Nase male. Also er hat wirklich eine sehr, sehr kleine Nase bekommen. Ich habe noch darüber nachgedacht, ihm einen Mund zu malen. Aber da mein Pinsel etwas zu groß war, habe ich das dann gelassen. Die Beine, da habe ich einfach so ein Dreieck gemacht. In diesem Hügel da, wo die Petflasche drauf steht. Und hier habe ich auch gemerkt, dass das eine Dreieck ein bisschen größer war als das andere. Und habe dann das kleinere noch ein bisschen vergrößert, weil das größere Verkleinern wäre wahrscheinlich eher schwierig geworden, mit dem Weiß über das Schwarz zu malen. Ich habe beim Panda auch hinten noch ein Schwänzchen gemalt, damit der Ganze dann vollständig ist. Zu guter Letzt kommt noch der Feinschliff der beiden. Beim Schweinchen waren das die Nasenlöcher. Und die Augen. Auch hier wieder schauen, dass sie etwa auf der gleichen Höhe sind, was nicht ganz so einfach ist. Ich habe zuerst sehr kleine gemacht und dann gemerkt, sie waren wirklich überhaupt nicht auf der gleichen Höhe. Und dann habe ich die Augen ein bisschen vergrößert, damit die dann nicht ganz so auf verschiedener Höhe sind. Vielleicht würde es hier auch helfen, die Augen von Anfang an mit Bleistift einzuzeichnen. Ich weiß aber nicht, ob das auf dieser Farbe hält. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt habe, dass ich hier mit Acrylfarbe gemalt habe. Das würde ich euch übrigens auch empfehlen. Ich schaue mal, ob ich meine Farben finde. Die würde ich dann euch unten auch verlinken, falls ich die finde. Dann habe ich mich noch entschieden, bei den Füssen so kleine Krallen hinzumachen. Ich weiß gar nicht, normal haben ja die Schweinchen eigentlich so zwei Hufe, glaube ich zumindest. Aber ich dachte, das sieht vielleicht noch süss aus. Dann beim Panda, dort ist ja die Augenumrundung ist dunkel. Deshalb habe ich hier einfach als Augen zwei weiße Punkte hingemacht, damit der dann auch was sehen kann. Dabei ist es ziemlich einfach, wenn ihr ein bisschen mehr Farbe nehmt und dann einfach wirklich einen Tupf macht, als einen Kreis zu zeichnen. Ich habe beim Panda wirklich sehr, 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 sehr kleine Augen gemacht, wie ihr hier vielleicht auch sehen könnt. Ja, und das war eigentlich dann schon das Ganze. Wie cute sind die denn bitte geworden? Ich habe hier mal zwei kleine Pflanzen hingetan von mir. Das ist ein Glücksbaum und eine Dragonscale und ja, sie sehen einfach nur süß aus. Ich hoffe, ihr habt dieses Türchen gefahren mit diesem coolen Upcycling-Projekt. Es lohnt sich wirklich, weil PET-Flaschen hat wirklich jeder zu Hause ein bisschen Acrylfarbe und schon habt ihr super, super süße kleine Töpfe. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Türchen. Bis dahin eine wunderschöne Adventszeit. Tschüss!